Hallo, hallo, moin, moin. Entschuldigung, ich bin ein bisschen spät. Komm da einfach mal rein. Ich freue mich, dass du da bist. Adam, alles klar. Erstmal super, dass ihr da seid. Ich bin der Store-Owner von diesem G-Star-Outlet. Es ist noch eine Menge zu tun. Hey Leute, natürlich müssen die heute nicht arbeiten, aber das wissen die nicht. Okay, dann lasst uns mal hochgehen. Das sind richtig harte Arbeiter und BVB-Fans. Damit ihr genau wisst, was euch hier erwartet, haben wir von G-Star ein Video gemacht. Wir sind richtig froh, dass wir sie so richtig überraschen können. Überraschung. Hallo zusammen. Ihr habt wahrscheinlich gedacht, Samstag und ich muss mal lochen auf Baustelle, verpassen wir noch das Spiel vom BVB. Es ist nicht so. Ihr werdet alle bezahlt und zwar pro Stunde, aber nicht hierfür, sondern für den besten Job aller Zeiten. Ihr dürft nämlich gemeinsam mit G-Star heute ins Stadion und das Spiel gucken. Hereinspaziert und in eure Outfits. Bitte schön. Best Job ever. Mein Chef meinte, du musst Samstag arbeiten und dann wurden wir überrascht und jetzt stehe ich hier. Total mega, total geiles Gefühl. Hallo. Hamburg Awards. Untertitelung des ZDF, 2020